Herzlich willkommen bei der Sendung Lehrerzimmer hier bei Konterfunk. In der nächsten Stunde geht es um Bildung, Pädagogik, unsere Schulen und die Bildungspolitik. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Die Schule ist im Wandel, das gilt grundsätzlich immer, aber derzeit läuft es rasanter als früher. Der Zeitgeist gasiert, es gibt immer mehr Tabuthemen, die Politik beeinflusst die Lehrpläne. Die Spaltung der Gesellschaft, von der in den letzten Jahren immer wieder die Rede war, kann man auch in den Klassenzimmern sehen. Wie erlebt eine kritische Gymnasiastin diese Situation? Die 17-jährige Vanessa aus der Region München erzählt uns im Gespräch, was es derzeit heißt, eine Minderheitsmeinung in der Schule zu vertreten. Die erste berufliche Ausbildung vorzeitig abbrechen statt abschliessen, das ist in Deutschland leider keine Ausnahmeerscheinung, sondern mittlerweile ein Massenphänomen. Es gibt Organisationen und Freiwillige, die sich dieser Entwicklung entgegenstemmen. Dazu gehört Karl-Heinz Westenhöfer, der jungen Menschen in schwierigen Situationen während ihrer Ausbildung hilft. Sein Fokus gilt dabei vor allem Betroffenen mit Migrationshintergrund. Wir sprechen mit ihm über diese Arbeit als Freiwilliger. Außerdem in dieser Stunde die Nachrichten rund um Pädagogik, Bildung und Bildungspolitik. Ich wünsche gute Information und Unterhaltung mit dem Lehrerzimmer hier auf Konterfunk. Vereint待 Also in dieser Stunde. Die Nachrichten Wirklichkeit Wirklichkeit We emotional Wirklichkeit 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 Wirklich ein Wirklich Schule ist immer im Wandel. Wir thematisieren die Veränderungen in der Schulbildung auch in dieser Sendung immer mal wieder. Aber niemand kann besser sagen, was in den Klassenzimmern von heute wirklich läuft, als jemand, der aktuell die Schulbank drückt. Bei uns zu Gast ist nun Vanessa. Sie ist 17 Jahre alt, wohnt in der Münchner Region und besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums. Dabei macht sie über den Reihenunterricht hinaus interessante Beobachtungen, auf die wir im Gespräch eingehen möchten. Guten Tag, Vanessa. Guten Tag, Herminius. Sie sind ja von sich aus auf Konterfunk zugekommen mit dem Wunsch, Ihre Beobachtungen und Erlebnisse im Schulbetrieb zu schildern. Was hat Sie dazu gebracht? Das war ja vermutlich keine Hausaufgabe oder ein Schulprojekt, nehme ich an. Ja, schön wäre es, wenn das noch ein Schulprojekt wäre. Es geht darum, dass ich diese Seite eigentlich nirgendwo mehr sehe und es mir auch mal wichtig ist, zu zeigen, was die Leute auch in meinem Alter eigentlich wirklich von diesem ganzen Thema halten und wie wir uns dabei fühlen, aber da wir eigentlich praktisch keine Stimme haben. Was Sie genau sagen mit Seite und diesen bestimmten Themen, die jetzt im Schulunterricht so konkret aktuell sind, darüber werden wir eben heute sprechen. Vor mir liegt ein Papier aus Ihrer Feder, das auch von einer Zeitung publiziert wurde über den digitalen Wandel in der Schule. Sie setzen sich also offensichtlich intensiv mit der Schulentwicklung auseinander. Das ist ja generell eher unüblich. Die meisten sind einfach froh, wenn es dann mal vorbei ist oder Wochenende ist. Woher kommt das Interesse? Das hat angefangen in der Corona-Zeit, als auch der Online-Unterricht eingeführt wurde. Ich war früher schon und bin auch kein Fan vom Schulsystem, wie es aktuell läuft, aber gerade in diesen Jahren mit dem Digitalunterricht hat man einfach nochmal ganz stark Defizite gesehen und man hat auch gesehen, dass diese Art nicht funktioniert. Da es eine sehr belastende Zeit für mich war, die von den Lehrern oder auch vom Kultusministerium weder stoffmäßig noch sonst wie kaum aufgearbeitet wurde. Also ich habe in, das kann ich auch ehrlich sagen, in vielen Fächern einfach noch Lücken, auch drei Jahre später oder vier. Waren Sie damals allein mit dieser Haltung oder hatten Sie Gleichgesinnte? Man könnte ja aus Schülersicht damals auch gesagt haben, na gut, nicht zur Schule gehen, keine Kontrolle, freie Zeitanteilung, das ist ja so schlecht auch wieder nicht. Das habe ich tatsächlich auch sehr oft gehört aus meinem Freundeskreis heraus, dass viele das einfach mochten, weil sie halt nicht zugehören mussten. Man steht praktisch um 7.50 Uhr auf, geht in diese Sitzung rein und dann macht man sonst irgendwas. Da kann ich jetzt persönlich nicht verstehen. Also ich war in dieser Zeit einfach sehr einsam, liegt vielleicht auch an familiärer Situation. Ich bin Einzelkind und mir fehlt einfach dieser Sozialkontakt, den ich halt am meisten einfach in der Schule pflege, da ich auch niemand bin, der großartig rausgeht. Und ja, es geht einfach um die Unterrichtsform an sich, wie unterrichtet wird, was halt einfach faktisch nicht geklappt hat. Weil wir sehen es ja an der Technik, an dem Internet in Deutschland. Das funktioniert meistens gut. Viele Lehrer haben nicht wirklich Ahnung. Und wenn du vor deinem Rechner sitzt, dann hast du sehr viele Sachen, die interessanter sind, als jetzt unbedingt Englisch um 12.10 Uhr zuzuhören oder Matheunterricht mitzumachen. Sie sind 17 Jahre alt. Das mit Corona ging vor vier Jahren los. Sie haben also schon so ein bisschen im fortgeschrittenen Schulalltag gesteckt, als es eben losging. Jetzt abseits vom Fernunterricht. Wie haben Sie diese Zeit sonst erlebt? Wie belastend war das vielleicht in anderen Bereichen auch? Fand ich persönlich sehr, wie ich auch vorher schon erwähnt hatte, einfach dieser Einsamkeitsfaktor, der da unfassbar gestiegen ist. Man trifft seine Freunde natürlich nicht mehr. Das kommt bei mir auch nochmal dazu. Ich wohne außerhalb. Also ich habe eh relativ wenig Möglichkeiten, die zu sehen. Und was dann natürlich noch dazu kam, so ein bisschen nach der Corona-Zeit oder auch schon während, als wieder der Frontalunterricht eingeführt wurde, aber mit Maske und Testerei und allem Möglichen. Es war eine sehr bedrückte Stimmung einfach und Offenheit konnte nicht mehr wirklich stattfinden, weil einfach durch diese, auch diese Spaltung, die da ist, als dann das Impfthema groß wurde, konnte man darüber mit seinen Klassenkameraden halt nicht reden. Wenn man sich nicht impfen lassen hat, dann ist man ein Leuchner gewesen und man muss es ja tun. Ein Klassenkamerad, ich würde ihn nicht als Freund betiteln, hat so ungefähr was in die Richtung gesagt, ja, man sollte ja Zwangsimpflage einführen. Ich habe mich dazu nicht großartig geäußert, aber Klassengemeinschaft hat es auf jeden Fall, ich glaube, sehr zerruttet. Ja, damals hat man allgemein so ein bisschen die hässliche Seite der Gesellschaft auch miterlebt. Das heißt, ich höre hier heraus, diese Spaltung der Gesellschaft, von der die Rede war, ganz allgemein, die hat es auch im schulischen Bereich gegeben, dass es quasi verfeindete Seiten gab. Wie haben sich denn die Lehrkräfte in dieser Phase verhalten? Was kam von denen? Die Lehrkräfte, da gab es auch unterschiedliche. Viele waren einfach gezwungen, das Ganze mitzumachen und was zu sagen. Einige waren auch überenthusiastisch und haben das mit dem Testen furchtbar ernst genommen. Eine direkte Aufforderung zum Impfen oder sowas. Oder auch die, wie man es aus anderen Schulen mitbekommen hat, dass dann nicht Geimpfte ausgeschlossen wurden. Oder solche Spielchen gab es bei mir jetzt zum Glück nicht. Jetzt ist ja die Sache gegessen, zumindest was die konkreten Maßnahmen angeht. Man hat sich aber auch immer ein bisschen gefragt, was bleibt zurück, gerade auch in der Schule mit diesen Fernlektionen, geschlossenen Schulhäusern etc. Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie den Eindruck, dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat, jetzt im schulischen Kontext? Das finde ich schon. So, wie auch gesagt, ich habe es gerade letztes Jahr und vorletztes Schuljahr noch sehr gemerkt, dass einfach Lücken da sind in zum Beispiel sehr lernintensiven Fächern, wie Latein, wo es einfach um Vokabeln und Verstehen geht, aber auch in Mathe. Das Problem dabei ist, es wird keine Zeit gegeben, die aufzuholen. Und ich hatte auch einige Lehrer, zumindest die es in dem Tonus gesagt haben, dass sie Corona nicht mehr dafür verantwortlich machen, dass die ganze Klasse auf einmal deutlich schlechter ist als vor jährigen Jahren. Also man hat sich dann auch nicht wirklich gehört gefühlt. Das wäre immer noch die Schuld von einem selbst, dass man eben diese Lücken hat, dass man nicht mehr gut ist. Und abgesehen vom Notentechnischen und Lerntechnischen existiert auch immer noch ein wenig diese Spaltung, diese Meinung. Ich habe auch mehrere Lehrer, die meinen, wirklich fast jede Unterrichtsstunde noch mal irgendwie was von Corona sagen zu müssen. Es steht in vielen Schulbüchern noch davon was drin. Also es hat definitiv in mehreren Hinsichten seine Spuren hinterlassen. Wechseln wir das Thema, wobei vielleicht nicht mal so sehr, weil es eben in eine ähnliche Richtung geht, auch um Themen, die kontrovers sind in der Gesellschaft und wohl auch in der Schule. Ich habe selber zwei Töchter, die etwas jünger sind als Sie. Die bringen immer sehr viele Themen aus dem Bereich Gender nach Hause. Das betrifft die Sprache, aber auch Themen wie die freie Geschlechterwahl und mehr. Und zum einen kriegen Sie das sicherlich über soziale Medien mit. Ich habe aber den Eindruck, das ist auch in der Schule ein Thema. Wie sieht das bei Ihnen aus? Gender spricht man darüber? Ist das präsent? Da waren wir vielleicht ein bisschen zynisch gesagt, hatten wir Glück, weil diese Aufklärung im Hinblick auf Gender und Geschlechter kam in der Corona-Zeit dran und war dementsprechend auch ziemlich kurz. Es hat jetzt nicht mehr wirklich viel Themenraum. Wir unterhalten uns höchstens privat darüber, aber im Unterricht ist das kein großes Thema mehr. Ich glaube, es ist auch etwas, was die Lehrer ungern ansprechen wollen, da das, wenn wir nur beim Gender-Sternchen sind, das auch schon oft zu großen Diskussionen geführt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist spätestens dann ein Thema, wenn eben ein Jugendlicher oder eine Jugendliche das von sich aus reinbringt, beispielsweise, weil er oder sie trans ist etc. Das hört man immer wieder, muss ein riesiges Minenfeld sein in der Schule. Das besteht bei Ihnen überhaupt nicht? Es liegt wohl einfach an der Position der Schule und dass sie sehr klein ist. Also, dass es jemand so wirklich gesagt hat, ich bin trans, habe ich noch nicht mitbekommen, weder in meiner Klasse noch in anderen Jahrgangsstufen oder in meiner Jahrgangsstufe, was da schon mal sehr gut ist. Aber ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, würde das eingebracht werden, wäre das ein ziemlich heikles Thema. Also, dieses Tanzthema kriegt man halt eher dann im Freundeskreis mit, außerhalb der Schule. Wenn Sie sagen, es wäre ein heikles Thema, nehmen wir mal an, es wäre präsent an Ihrer Schule, was es jetzt aufgrund der besonderen Situation nicht ist. Aber aus Ihren Erfahrungen aus anderen Bereichen heraus, haben Sie den Eindruck, dass die Gefahr groß wäre, dass da eine einzige Wahrheit vermittelt wird, an die man sich zu halten hat, wie es bei Corona so ein bisschen der Fall war? Oder könnte es sogar spannende Debatten und kontroverse Gespräche geben, die befruchtend sind? Was ist da Ihre Befürchtung oder Hoffnung? Dass es Debatten gibt, auf jeden Fall. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass diese Debatten eher zu einem Streit ausarten würden, da es heutzutage einfach unüblich ist, um wirklich miteinander zu diskutieren. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann diese einzige Wahrheit gäbe, und zwar eben in Richtung mehrfache Geschlechterwahl nach Lust und Laune. Ich bin mir unsicher, wie es dann wirklich wäre, aber ich glaube nicht, dass das den Unterrichtsalltag unbedingt positiv beeinflussen würde. Wir erleben ja derzeit recht viele Fälle von Gewalt mit politischem Hintergrund. Es scheint, dass die Fronten ganz allgemein verhärtet sind zwischen den verschiedenen Lagern. Und in Ihrem Alter wird man ja oft politisiert, beginnt sich für diese Themen vertieft zu interessieren. Deswegen ist Politik ein Thema in der Schule jetzt nicht unbedingt bezogen auf Fächer wie Staatskunde etc., sondern untereinander. Spricht man darüber? Das tun wir schon, ja. Man bleibt aber, wenn man spricht, eher so in seiner Gruppe. Ich habe ja einige Freunde, die auch einfach meiner Meinung sind, und dann sind halt andere Gruppen, die ihrer Meinung sind. Also ich glaube, man tauscht sich da nicht ganz so viel wie untereinander aus, aber es wird auf jeden Fall darüber geredet, einfach durch aktuelle Ereignisse, unser Alter. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Aber es gibt da offensichtlich ein bisschen Blasen, die unter sich bleiben. Was passiert denn, wenn Sie diese Blase verlassen? Also ist es da einfach gleich Zoff, ist da gleich irgendwie Streit, oder sind das einfach so verhärtete Fronten, dass es nicht mal möglich ist, mal zu sagen, Sie meinen, ich sehe so, du siehst so, was ist richtig, was ist falsch? Das findet gar nicht statt, wenn ich das richtig verstehe. Das findet tatsächlich nicht wirklich statt. Man merkt halt schon im Unterricht eine Meinung, also nehmen wir mal im Unterricht, eine Meinung geäußert wird, die vielleicht einer Blase oder dem Mainstream, sage ich jetzt mal, nicht wirklich entspricht. Dann hat man sofort, ich finde teilweise auch sehr abwertende und unnötige Reaktionen, wie zum Beispiel Augenrollen, übermäßiges Seufzen. Und dann hat man sofort fünf andere, die dann halt irgendwie das Ganze teilweise zumindest ins Lächerliche ziehen wollen. Natürlich nicht alle. Man kann auch mit einigen noch guten Diskurs führen. Vor Politik ist halt wirklich immer ein heiliges Thema wegen diesen verhärteten Fronten, weil letzten Endes so ein gesunder Diskurs, auch gesunde Streitgespräche sind fast nicht mehr möglich. Wenn ich das richtig gehört habe, in der Anfangsphase unseres Gesprächs, dann ist Ihre Blase ein bisschen die kleinere als die andere. Das war jedenfalls mein Eindruck, dass Sie da oft in einer Minderheitsposition sind oder waren. Bei Corona war es ja offensichtlich so. Wie gehen Sie damit um? Man könnte ja jetzt einfach sich anpassen, man könnte auf Rückzug oder man könnte in die Offensive. Wie machen Sie das persönlich? Ich bin da in der Minderheit, da bin ich mir ziemlich sicher auch. Und da es halt eine Minderheit ist, die auch durch die ganzen, wie die Schulbücher aufgebaut sind, halt die schlechtere ist, also eben nicht dieser Mainstream, von dem ich auch geredet habe, halte ich mich da einfach zurück. Wenn ich gefragt werde, dann antworte ich das, was gehört werden will, weil ich, das ist auch einfach wahrscheinlich ein Persönlichkeitsding von mir, mich diesen teilweise sinnlosen Diskussionen und Streits einfach nicht stellen will und ich auch die Sorge habe, wenn es eine gewisse Stufe erreicht hat, dass man sich aus so einer Klassengemeinschaft teilweise doch sehr gut selbst ausschließen kann und das will ich gründlichst vermeiden. Jetzt sind ja solche Diskurse, ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der eigentlich auch in die Schule gehört. Wie verhalten sich denn die Lehrer bei dem Ganzen? Also fördern die das nicht, dass man vielleicht wirklich auch mal im Unterricht mal Argumente austauscht, Inhaltsargumente und eben nicht einfach du bist doof, du bist doof? Sie fördern es schon, aber es geht halt einfach meistens immer nur in die eine Richtung und nicht in die andere, da viele Lehrer auch einfach ihre eigene politische Meinung sehr stark durchscheinen lassen und dann kommt es als Schüler einfach noch dazu. Man will es sich möglichst nicht beim Lehrer verscherzen, da man sich ja selbst denken kann, das wird eher negative Einflüsse auf die eigene Note haben oder das restliche Ja. Sie sagen, es geht von den Lehrern eher immer so ein bisschen in eine Richtung. Ich habe eine Vermutung, aber ich möchte es doch von Ihnen hören. In welche Richtung geht es denn bei den Lehrern jetzt? Ja, wie fasst man das zusammen? Alles sehr linksgerichtet auf jeden Fall. Manche äußern das sehr offen. Mittig gibt es nicht wirklich, rechts sowieso nicht. Es ist halt einfach die Meinung, die aktuell vertreten werden soll, was auch in den Schulbüchern alles drinsteht. Also es ist letzten Endes diese breit vertretene Meinung, die als die richtige oft angesehen wird oder halt einfach jetzt als am wichtigsten betrachtet wird. Das mit den Schulbüchern interessiert mich. Also beginnt dadurch schon die Krux? Haben Sie das Gefühl, dass es eine Art von Beeinflussung jetzt über die offiziellen Lehrmaterialien auch gibt? Sehr. Da hatte meine Mutter auch mal ein bisschen genauer durchgelesen. Wir haben ja Politik und Gesellschaft, das eigentlich das frühere Sozialkunde war. Da merkt man es einfach sehr stark im Buch, dass es nur eine Meinung geht. Es gibt aber auch so kleinere Beispiele in anderen Büchern. In einem Mathebuch ist für eine Aufgabe ein Corona-Test zu sehen. Dann geht es sehr oft irgendwie um Klimawandel. Abgesehen, ob man jetzt die AfD zum Beispiel mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Sie wird konstant sehr negativ, sehr, ja einfach sehr negativ dargestellt. Die Grünen wiederum, also so ein bisschen das Gegenteil, fast gar nicht. Natürlich in unserem Politik- und Gesellschaftsbuch geht es aktuell im Unterricht zum Beispiel um Extremismus. Allerdings nur um Rechtsextremismus und nicht um Linksextremismus, obwohl der ja genauso existiert. Also das ist mal ein kleines Beispiel. Hat man im heutigen Schulsystem Chancen, das irgendwie zu ergänzen? Jetzt als Schülerin können Sie dann die Hand heben und sagen, lasst uns doch mal über Linksextremismus sprechen oder wird man da gleich abgeblockt? Man könnte es mal probieren, aber ich glaube, da würde dann, man würde wahrscheinlich sehr schnell abgeblockt werden. Es ist halt nicht im Unterrichtsstoff vorgesehen. Es ist auch nicht, was die meisten jetzt interessiert oder überhaupt hören wollen, dass halt Linksextremismus hier in dem Beispiel auch sehr schlimm sein kann, sehr schlimm ist, existiert. Ich denke mal, es wären vielleicht zwei Minuten Gespräche mit dem Lehrer, wenn überhaupt, und dann geht es halt wieder weiter mit dem Rechtsextremismus. Jetzt können Sie ja natürlich mit 17 Jahren noch nicht auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken, aber Sie können ein bisschen Vergleich machen, weil Sie doch schon einige Jahre die Schulbank drücken. Sind das Tendenzen, die jetzt zugenommen haben? Ist das schlimmer als vor zwei oder drei Jahren, diese ganze Unmöglichkeit, miteinander offen zu diskutieren, eine andere Position einzunehmen? Haben Sie den Eindruck, da ist eine Entwicklung im Gang? Ich kann jetzt eher fast nur seit Corona sprechen. In Corona hat angefangen, da war ich in der siebten Klasse, also so um die 13 Jahre alt. Und zuvor redet man ja eigentlich nicht über solche Themen oder hat großartige Diskussionen. Also da kann ich es schlecht sagen. Aber auf jeden Fall ab Corona sind diese Tendenzen da und finde ich auch steigen stetig. Dass kein Diskurs, wenn möglich ist, dass die Fronten immer weiter verhärten, dass einfach dieser Spalt zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte immer größer wird. Was glauben Sie denn, welchen Anteil hat überhaupt die Schule daran, dass dieses Meinungskorsett so fix ist? Also kommen alle mit einer gelöschten Festplatte an und die Schule macht das aus den Leuten? Oder haben Sie jetzt bei Ihren Schulkameraden zum Beispiel den Eindruck, nee, das kommt schon von zu Hause und wird durch die Schule einfach vertieft? Wie wichtig ist die Schule da überhaupt? Der Hauptanteil hat mit Sicherheit das Elternhaus, aber die Schule ist deswegen nicht weniger wichtig, da man dort einfach im Verhältnis sehr viel Zeit verbringt, teilweise bis zu 13 Jahre in seinem Leben, mit Büchern, die auf Indoktrination ausgelegt sind. Also wenn man da schon an entsprechenden Verhältnissen aufwächst, dann verstärkt die Schule das auf jeden Fall. Wenn man zu Hause allerdings auch die Gegenseite hat, die das Ganze zitisch betrachtet, würde ich behaupten, kann die Schule eher weniger machen. Die Schule kann nicht wirklich erziehen, also wenn es zu Hause falsch läuft, wird die Schule es nicht mehr ändern können. Wenn es zu Hause falsch läuft und die Schule schlecht ist, wird es noch schlechter werden. Gut, auf den Haushalt, da haben wir natürlich keinen Einfluss, aber die Lehrkräfte, das sind Staatsangestellte, es gibt Lehrpläne, da hat man Steuerungsmöglichkeiten. Was wäre denn Ihr persönlicher Wunsch jetzt einfach an die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land? Und was sollen Sie ganz konkret anders machen? Ich würde mir wünschen, dass Lehrer wieder zu ihrer eigentlichen Meinung stehen können, dass sie aber dann trotzdem die Politik aus ihrem Unterricht wieder rauslassen und einfach, dass Lehrer auch, wenn sie Beamte sind, Widerstand leisten. Weil ich weiß, es sind nicht alle Lehrer zufrieden, so wie es läuft, aber keiner traut sich, was zu machen und dementsprechend bleibt das gleich. Das ist dann natürlich eine Frage der Zivilcourage. Und man kann jetzt beklagen, wie es ist. Das haben wir jetzt ein bisschen gemacht in den letzten Minuten. Man kann aber auch versuchen, es aktiv zu verändern. Haben Sie eigentlich vor, später in den Schuldienst zu gehen und dann diese Dinge, die Sie eben kritisieren, besser zu machen? Wird das Ihnen eine Lehrerin? Glaube ich tatsächlich eher weniger. Es liegt einfach an der persönlichen Einstellung, da ich kein Fan vom Schulsystem bin und da auch froh bin, wenn ich wieder raus bin. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht die geduldigste Person. Also als Lehrer könnte man mich wohl eher weniger gebrauchen. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich machen werde, aber ich denke nicht, dass ich den Beamtenstatus erwerben will. Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit, aber die Kritik am Schulsystem, die Sie schon zu Beginn ein bisschen ins Feld geführt hat, die geht offensichtlich weiter über diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Was ist denn sonst noch krank im Schulsystem? Das Individuum wird komplett vernachlässigt. Das Schulsystem ist einfach viel zu alt. Es sollte erneuert werden. Es werden alle über einen Kamm geschert. Auf Talente wird gar nicht eingegangen. Jeder muss alles lernen, muss alles können. Damit findet ja auch einfach keine Förderung statt. Jemand, der sehr sprachtalentiert ist, super in Deutsch zum Beispiel oder Englisch und Latein, der wird trotzdem Mathematik und Naturwissenschaften haben müssen, obwohl man seine Fähigkeit, seine Zeit viel besser einbringen könnte. Und auch solche Fächer wie Kunst, Musik und Sport, die absolute Talentfächer sind. Entweder hat man ein musikalisches Gefühl, entweder kann man zeichnen, hat ein Zeichentalent und entweder ist man sportlich oder nicht. Sowas gehört einfach raus. Und ich denke auch einfach, wie gelehrt wird, weil dieser Stress, den man ausgesetzt ist als so junge Person in der wichtigsten Entwicklungsphase seines Lebens, die neunte und zehnte Klasse, wo man 14, 15 ist, was 14, 15, 16, was so entscheidende Jahre sind, werden einem ziemlich geraubt. Ich hatte jetzt diesen Stress nicht mehr, da im deutschen Schulsystem, zumindest in Bayern, ja dieses G8 eingeführt wurde, was unfassbar war. Ich bin jetzt G9, ich hatte da Glück, mir wurden nicht so viele Nachmittage und Stunden geraubt. Aber generell, diese Lebensjahre sind einfach weg. Und letzten Endes geht man aus der Schule nach 13 Jahren, 10 oder 9 Jahren raus, aber weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Ich werde Ihnen dann einen Graphen aufzeichnen und berechnen können, aber wie ich mein Leben wirklich gestalte, wie ich, es ist immer das typische Schülerbeispiel, wie ich Steuern zahle, wie ich Versicherung abschließe, das weiß ich wieder nicht. Also essentielle Sachen bekomme ich nicht gelehrt. Ja, dafür können wir dann versuchen, die Steuerrechnung mit dem Satz des Pythagoras auszurechnen. Bei uns zu Gast war die Schülerin Vanessa. Die 17-jährige besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums und hat von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet im Zusammenhang mit Themen des Zeitgeists, die offenbar auch die Schulen erreicht haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Milius. 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 In Deutschland bietet das Land Sachsen-Anhalt Studenten einen finanziellen Anreiz, damit sie den Lehrerberuf ergreifen. Dem ostdeutschen Bundesland fehlen derzeitig 800 Lehrkräfte, besonders an Sekundarschulen in ländlichen Gebieten. Deshalb bekommen ab Herbst 2024 Studenten an der Otto-von-Giricke-Universität in Magdeburg erstmals ein festes Gehalt. Für das Bachelorstudium erhalten Sie 1.400 Euro, für das Masterstudium sind es 1.500 Euro monatlich. Diesen finanziellen Anreiz erhalten die Studenten nur unter der Bedingung, dass sie sich verpflichten, mindestens fünf Jahre nach Studienabschluss an einer Schule des Landes Sachsen-Anhalt zu unterrichten. Mögliche Fächerkombinationen sind Deutsch und Ethik sowie naturwissenschaftliche Fächer und Informatik. Die betreffenden Studenten dürfen sich bereits während des Studiums ihre zukünftige Schule aussuchen. Nach Möglichkeit sollten sie auch dort das Referendariat absolvieren. Am letzten Wochenende haben Unbekannte in Deutschland die Böckenheck-Grundschule in Datteln bei Dortmund mit zahlreichen antisemitischen und frauenverachtenden Parolen beschmiert. Unter anderem sei dort, keine deutsche Lehrerfrau hat euch was zu sagen und nur Allah ist wahre Gott zu lesen gewesen, wie die Dattelner Morgenpost berichtete. Die Schulleitung erstattete daraufhin Strafanzeige. Unterdessen ermittelt der Staatsschutz gegen Unbekannt. Bereits im Oktober letzten Jahres war die Schule mit antisemitischen Parolen besprüht worden. Damals schmierten unbekannte Sprüche wie Israel muss brennen und Tod allen Juden an die Fassade. Im Januar war in Berlin-Neukölln die evangelische Schule mit den Schriftzügen Tod für Israel und Fuck the Zionists and its Friends beschmiert worden. Auch in diesen beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz. In der Westschweizer Stadt Lüli ließ am letzten Wochenende eine Primarschule die Feier zum Muttertag ausfallen. Die Schulleitung einer Primar- bzw. Grundschule hatte entschieden, die traditionelle Feier zum Muttertag nicht mehr zu zelebrieren. Bisher bastelten die Kinder für ihre Mütter ein Geschenk, das am Muttertag in den Familien präsentiert wurde. Dieses Jahr beschloss die Schulleitung, dass ganz allgemein für die Menschen zwei Geschenke vorbereitet werden sollten, die sie lieben würden, wie es in einer Erklärung an die Eltern hieß. Mit dieser Maßnahme würden alle Geschlechter inkludiert sowie Frauen und Männer gleichgestellt. Von bürgerlicher Seite wurde das Vorgehen kritisiert. Der Präsident des Mouvements Citoyens Genois, MCG, François Bertschi, fand es inakzeptabel, diese, wie er sagte, sympathische Tradition abzuschaffen, gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft Orientierungspunkte verloren habe. Die Genfer Schul- und Erziehungsministerin Anne Hildpold, FDP, forderte die Schulleitung der Grundschule auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. In der Schweiz ist der Anteil der externen Kinderbetreuung bei Kindern unter 13 Jahren einkommensabhängig, wie die jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik BFS zeigen. Durchschnittlich werden zwei Drittel der unter 13-jährigen Kinder durch Kindertagesstätten eine schulergänzende Betreuung oder von den Großeltern beaufsichtigt. Der Anteil der externen Kinderbetreuung liegt bei den oberen Einkommensklassen doppelt so hoch wie bei den unteren. So greifen 80 Prozent der einkommensstärkeren und nur 41 Prozent der einkommensschwächeren Familien auf eine Form der familienergänzenden Betreuung zurück. Unabhängig vom Einkommen der Familien kümmern sich am häufigsten das Personal von Kindertagesstätten und an zweiter Stelle die Großeltern um die Kinder unter 13 Jahren. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, warnt vor Lernrückständen bei Schülern, die ständig das Handy benutzen. Am Beispiel des Mathematikunterrichts ermittelte die OECD durch Schülerbefragungen, dass durchschnittlich 65 Prozent vom Handy im Unterricht abgelenkt werden. Ähnlich hoch war der Anteil der Schüler, die sich im Unterricht durch die private Handynutzung anderer Schüler abgelenkt fühlten. Nach der OECD-Studie erleiden Schüler, die durch Mobiltelefone regelmäßig abgelenkt sind, einen Lernrückstand von einem Dreiviertelschuljahr. Schlechtere Lernergebnisse stellten sich grundsätzlich bei Schülern ein, die täglich mehr als eine Stunde während des Unterrichts am Handy herumspielten. Zudem zeigt die OECD-Studie am Beispiel der französischen Schüler auf, dass sich fast 50 Prozent der Schüler nervös oder ängstlich fühlten, wenn sie ihr Handy nicht in ihrer Nähe hätten. Sie erzielten schlechtere Leistungen, seien weniger zufrieden mit ihrem Leben, hätten ihre Emotionen weniger gut unter Kontrolle und seien weniger stressresistent. Dennoch rät die OECD von einem Handyverbot ab. Das waren unsere Nachrichten aus der Welt der Bildung. Präsentiert hat sie Eva Horstmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Um sich fit zu machen für das künftige Berufsleben Und bricht diese Ausbildung dann ab. Das ist keineswegs ein exotischer Einzelfall. Im Jahr 2022 wurden laut offiziellen Zahlen rund 155.000 Ausbildungsverträge in Deutschland vorzeitig aufgelöst. Das waren rund 15.000 mehr als im Jahr davor. Es gibt aber Bemühungen, diese Entwicklung zu bremsen. Ein Mann, der sich in diesem Bereich seit Jahren einsetzt, ist Karl-Heinz Westenhöfer. Er betätigt sich als Lernbegleiter mit dem Fokus auf Migranten, die eine Berufsschule besuchen. Der ist heute bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Westenhöfer. Einen schönen guten Tag. Herr Westenhöfer, lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, warum Sie das tun, was Sie tun. Sie müssten nämlich eigentlich nicht mehr. Sie sind 75 Jahre jung und könnten sich zurücklehnen. Warum setzen Sie sich ehrenamtlich ein für junge Menschen in der Berufsausbildung? Das hat sich ergeben durch Kollegen, die mich vor über zehn Jahren mal angesprochen haben. Und dann bin ich über den Senior Expert Service zu Vera gekommen. Und dann bekam ich erst mal ein paar junge Leute vermittelt. Und dann ging mal gut, es ging mal schlecht. Und dann ging es wieder besser. Und somit war die Motivation gegeben, Hilfestellung zu geben für den Berufsschulunterricht oder für Prüfungsvorbereitung, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung. Und somit kam auch das Jahr 2015. Die ersten Asylanten kamen an. Die ganz guten haben eine Ausbildung gemacht. Und somit ist dann, da ist es auch wieder aufwärts gegangen, da ist es wieder abwärts gegangen. Man hatte die und jenen. Und so bin ich an diese Geschichte herangekommen. Es war mir auch wichtig, ich bin von Haus aus Küchenmeister. Ich habe früher ausgebildet in meiner aktiven Zeit. Und kann das dann weitergehen. Es sind oft Kleinigkeiten, wo diese zugewanderten jungen Menschen scheitern. Als Beispiel sage ich Religionsunterricht oder Inhalt des Religionsunterrichts oder Sozialkunde. Und dann auch Bedeutungen von Worten. Das ist so der Schwerpunkt. Also wenn dann gefragt wird, was ist ein Alleinstellungsmerkmal? Und da ist bis jetzt jeder gescheitert. Und dann bringt man ein Beispiel, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und dann ist das verstanden. Über solche Herausforderungen werden wir noch gerne sprechen. Vielleicht noch zunächst der Verein VERA, den Sie bereits erwähnt haben. Oder glaube ich VERA Plus, wie der ganz korrekt heißt. Was macht der ganz konkret? Mit dem arbeiten Sie ja zusammen. Ja, also VERA Plus ist jetzt die allerneueste Version. Nach den Finanzverhandlungen mit dem Bund ist jetzt VERA Plus. Was die genau machen im Hintergrund, das interessiert mich nicht. Aber es ist eine gute Organisation. Diese Organisation hat Flyer, die ausliegen an Berufsschulen. Oder gibt so Informationen, werden weitergegeben. Und dann melden sich die jungen Leute, bewerben sich um so eine Berufsbegleitung. Oder begleitende Hilfe oder wie man das offiziell nennt. Und dann, wenn es in das Postleitzahlensystem passt, dann kommt man vielleicht mal auf mich oder auf andere Kollegen, die da sehr rührig sind. Und dann übernimmt man erst mal. Aber, und das ist das Gute, wenn es nicht passt und nicht harmoniert, das passiert alles auch mal, dann sagt man am besten, nein, da kommen wir nicht weiter. Also der Pfarrer macht eher das Marketing und Sie dann die eigentliche Arbeit. Und Sie engagieren sich ja besonders für junge Migranten. Ich gehe davon aus, die vorzeitige Auflösung von Ausbildungen, das ist ein Problem quer durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle Kulturen. Aber sind jetzt junge Migranten rein statistisch gesehen überdurchschnittlich oft betroffen von dieser Entwicklung? Ist Ihnen das bekannt? Das ist mir nicht bekannt und das interessiert mich auch nicht. Wichtig ist, dass der, der mir gegenüber sitzt und dem ich die Hand reiche, um dass er weiterkommt, dass wir harmonieren und dass wir Struktur schaffen können und innerhalb dieser gemeinsamen Struktur auch weiterkommen. Im Idealfall kommt man ja wahrscheinlich zum Einsatz, bevor eine Ausbildung aufgelöst wird, bevor da nichts mehr zu machen ist. Sie haben gewisse Schwierigkeiten wie den Religionsunterricht oder auch das Deutschverständnis angesprochen. Ich gehe aber davon aus, niemand bricht aufgrund eines einzelnen Wortes, das er nicht versteht, eine Ausbildung ab. Was führt denn zu diesem Moment oder zu dieser Entwicklung, wo das Ganze dann eben irgendwo nicht mehr klappt? Es sind einfache Dinge, wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder Termine nicht einhalten oder den Stoff, den wir vorher besprochen haben, dass der nicht durchgearbeitet wurde und dann auch diese Nichtentwicklung bei der deutschen Sprache. Also einiges von dem, was Sie aufgezählt haben, klingt ja nach einer fehlenden Disziplin und das ist ja letztlich eine Sache des Elternhauses, der Sozialisierung auch. Sie sind ja jetzt wahrscheinlich hier aber nicht als Erzieher tätig. Sie müssen nicht eine ganze Erziehung nachholen, denke ich mir. Das möchte ich nicht. Aber das hat jetzt also mit Migrationshintergrund nicht unbedingt etwas zu tun. Es gibt auch Jugendliche, die ich früher betreut habe. Da hatte ich noch keine Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die hatten oft auch dieselben Probleme. Es geht nicht um Erziehung. Es geht einfach offen sein. Jetzt habe ich jemanden, mit dem kann ich zusammenarbeiten. Hausaufgabenhilfe, könnte man dazu sagen. Das heißt, es ist mehr eine pädagogische Aufgabe, aber im Lernbereich, damit wir das besser verstehen. Vielleicht können Sie einen, wenn es das denn überhaupt gibt, typischen, konkreten Fallschildern, damit wir da ein besseres Bild haben. Da kommt jemand zu Ihnen und sagt was und was tun Sie dann? Der kommt mit einer Aufgabe von der Berufsschule. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das ganz Typische, wo viele junge Menschen, wenn sie aus der Schule schon kommen, daran scheitern, ist der einfache Dreisatz, sagen wir jetzt mal. Und dann wird der bearbeitet, wir machen Übungen und so weiter. Wir sind in der Woche, wenn es gut läuft, sind wir eine Stunde zusammen. Wenn mehrere Probleme da sind, sind wir auch zwei und drei Stunden, also an verschiedenen Tagen zusammen. Und dann kann man das bearbeiten. Und das Negative ist nur, wenn Sie dann in Ihrer Freizeit nicht an diesem Problem selbst mitarbeiten, dass man beim nächsten Treffen weiterkommen kann. Man liest ja jetzt auch oft von dieser Generation Z, die angeblich so faul ist, unmotiviert, gar nichts mehr werden will oder dann höchstens Influencer und das Geld gewissermaßen im Schlaf oder vor der Kamera verdienen. Ist das etwas, was Sie auch so wahrnehmen? Ich meine, Sie haben jetzt doch 75 Jahre gelebt. Sie können vergleichen mit früheren Generationen. Hat sich da etwas verändert im schlechten Sinne? Die Generation, die den Namen Z trägt, das ist irgendwie mediale Geschichte, würde ich jetzt sagen. Die jungen Leute sind begeisterungsfähig. Man kann sie an der Hand nehmen. Es ist auch eine Erziehungsfrage. Ich komme aus einer anderen Welt. Ich hatte Eltern, die schon ein bisschen älter waren und da war dieser alte Zug noch drin. Man konnte ganz schlecht links und rechts, oder denken Sie dran, Beatles-Zeit, Rolling Stones-Zeit, hast da die Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Dann war ich auch eine sogenannte Generation Z. Nein, es sind andere Dinge heute, die Einflüsse der neuen Medien und der Handys und so weiter, die vom Realen oft ablenken. Das ist meine Beobachtung. Und dann kriegen Sie irgendwann ein Arbeitsformular vorgelegt, wo Sie dann in die Welt von 1933 bis 1945 eintauchen sollen. Und ja, das haben die in ihrer alten Heimat und so weiter schon gar nicht wahrgenommen. Und wenn sie es wahrgenommen haben, dann ist es auch religionsabhängig. Sie sagen natürlich richtig, so ein bisschen diese jugendliche Rebellion, das gab es schon immer im Lauf der Geschichte. Aber abseits von anderen Dingen, wie wir hatten auch längere Haare, haben sich doch schon andere Dinge auch verändert. Ich denke jetzt ganz konkret daran, dass vielleicht in früheren Generationen der berufliche Abschluss, die Ausbildung, dass man was beginnt und es einfach fertig macht, dass das ein gewisses Selbstverständnis war dahinter. Und heute, dass es vielleicht auch einfacher ist, wenn man mal schnell sagt, na ja, das gefällt mir jetzt doch nicht so, ich schaue mal, ich mache was anderes. Das könnte doch schon auch eine Entwicklung sein, die man beobachtet. Das ist eine Entwicklung, die man beobachtet. Aber da kann ich auch wiederum nur so ein bisschen zweigeteilt sein. Denn es gibt Ausbildungsbetriebe, die bilden hervorragend aus und die merken auch, wenn ihr ein Azubi Schwächen hat oder wo er Förderung bekommen kann und sollte. Aber es gibt viele Ausbildungsbetriebe, da sind die halt als Funktionsträger innerhalb des Betriebsablaufes eingebunden. Und ich hatte ja diese alten Böcke als Ausbilder. Da hast du mal was in den Hintern getreten, kriegt und so. Aber sie standen zu ihrer Sache und sie haben sich auch Zeit für unsere Schwächen genommen. In Gastronomie zum Beispiel, im All-A-Cat-Geschäft musste man oder hat funktioniert. Aber es gab dann auch Schwachpunkte, wo man anschließend dann trainiert hat, auch wenn man schon zehn Stunden gearbeitet hat. Sie haben die Ausbildungsstätten angesprochen. Ein wichtiger Punkt, denn wenn es um eine Ausbildung geht oder eben auch die Auflösung einer Ausbildung, dann sind ja zwei Seiten dafür betroffen, nicht nur der Auszubildende, sondern auch die Ausbildner. Arbeiten Sie denn exklusiv mit den jungen Leuten zusammen oder sind die Ausbildungsstätten da auch irgendwie an Bord? Ich arbeite meist mit den jungen Leuten zusammen. Aber wenn die Ausbildungsstätten positiv mit im Spiel sind, dann hat man es leichter. Was heißt, wenn die so ein bisschen an Bord sind, was müssten die tun, damit es klappt? Die Ausbildungsstätten, es wäre schön, wenn sie schon mal eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen, in der man sich treffen kann und in der man dann diese schulischen Arbeiten oder theoretischen Arbeiten machen kann. Das ist Nummer eins, das macht nicht jeder. Es ist auch sehr positiv, wenn man einen Verantwortlichen hat oder Abteilungsleiter oder Geschäftsführer hat, mit dem man sprechen kann und die kleinen Dinge mal so ansprechen kann. Was können wir machen, dass wir noch besser unterstützen, dass er am Ball bleibt und irgendwann seine Ausbildung abschließt. Sie haben eingangs erwähnt, dass es natürlich wie immer im Leben mal besser, mal schlechter läuft bei einer solchen Arbeit, wie Sie sie auch machen. Führen Sie persönlich Buch? Haben Sie eine Erfolgsquote, die Sie erheben? Oder sagen Sie, ich tue mein Bestes und der Rest, ja, das überlasse ich den anderen? Nein. Vera macht eine Anfangsbilanz, in der ich auch dann schildern soll. Also wenn es zu dieser Zusammenarbeit kommt, dann machen Vera mit mir eine Anfangsbilanz. Das reiche ich schriftlich ein. Und dann wird immer mal so alle Vierteljahr abgefragt, wie läuft es, positiv, negativ, hat sich die Sprache entwickelt, hat sich das Lernen entwickelt und so weiter. Also da ist man auch mit Vera, und denen ist es ja auch wichtig, dass die wissen, was läuft vor Ort. Und ich kriege ja immerhin pro Azubi, kriege ich 50 Euro für Aufwandskosten. Ja, und da essen wir meistens ein Eis oder Kaffee und Kuchen oder sonst was. Aber ist egal. Hauptsache, es ist alles positiv ausgerichtet, dass Sie am Ball bleiben und zielgerichtet auf die Zwischenprüfung zugehen und eben den Stoff der Berufsschule verinnerlichen ein bisschen. Und dann nach der Zwischenprüfung hat man ja auch wieder etwas, wo ist was schiefgelaufen und kann dann bis zur Abschlussprüfung durchziehen. Ein Schwerpunkt bei Ihrer Arbeit ist die Ausbildung in der Gastronomie. Nun könnte man sagen, das macht Sinn, weil sie ja offensichtlich auch selbst aus dieser Gastronomie hervorkommen. Aber ist diese zugleich auch überdurchschnittlich betroffen von Ausbildungsauflösungen allenfalls? Also da würde ich sagen, ja. Das ist dann wiederum unabhängig von Vera, ist das meine Erfahrung. Und Sie können in der Statistik zurückgehen, da können Sie 20 Jahre zurückgehen. War schon immer dasselbe Problem wie jetzt 2024. Und woran liegt das? Das liegt einfach an zwei Faktoren, Arbeitgeberfaktor und Azubifaktor. Ich will es mal überspitzt sagen, die jungen Menschen kommen mit Vorstellungen in einem Betrieb, der tagtäglich produzieren muss und erwarten dann, dass Sie so eine Nanny neben sich haben. Und wenn Sie etwas zwei-, dreimal dasselbe machen müssen, also Beilagenkoch oder Suppenkoch oder sonst was, dann ist das schon wieder eine Überforderung. Ich will doch Fernsehkoch werden. Ich will das alles können. Fernsehkoch, das ist doch immerhin eine konkrete Zielsetzung. Vielleicht hat es ja auch mit dem harten Umgangston in einer Küche zu tun. Das bekommt wahrscheinlich auch nicht allen gut. Ja, da kann ich sagen, wir waren leidensfähiger. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es fallen Worte. Und ich bin der Überzeugung, dass in einer Hotel-Restaurant-Küche in kurzer Zeit mehr gemacht und koordiniert werden muss, als in einem Verwaltungsbereich in acht Stunden. Also in drei Stunden muss während dem Service und der Vorbereitung und alles da mehr laufen und konzentrierter gearbeitet werden. Das ist ein schönes Bild. In einer Küche fallen eigentlich mehr Entscheidungen als auf der Teppichetage. Das kann ich nachvollziehen. Nun ist es ja sehr schön, dass sich Vereine oder eben auch Leute wie Sie ehrenamtlich bemühen, dass diese negative Entwicklung gebremst oder gestoppt wird. Aber bräuchte es allenfalls auch konkrete, weitere Anstrengungen aus der Politik, aus der Gesellschaft, damit wir gar nicht an den Punkt kommen, wo es Leute braucht wie Sie? Sehen Sie da Möglichkeiten? Ja, meine Möglichkeit oder meine Sichtweise ist die, jetzt stellen Sie sich mal einen Politiker, der jahrelang hauptberuflich in einem Raumschiff lebt, bringen Sie den mal in den normalen Sauerstoffbereich. Das ist schon ein Problem. Er kann wunderbar sprechen und labern und oh, aber herauskommen, letztendlich die Realität zu sehen, wie es vor Ort ist und warum es vor Ort ist, das sehen die nicht. Sie akzeptieren auch nicht, wenn man sagt, die allgemeinbildende Schule, also ich sage mal, wenn mal die Hauptschule abgeschlossen ist, das wäre zum Beispiel eine gute Basis, wenn einer, der muss keine Einser haben, wir sind ja schon frei, wenn er drei hat, aber als Mensch eine gute Familie hinter sich hat, das ist auch wichtig, eine gesunde Familie oder eben ein entsprechendes Konstrukt, mit dem man arbeiten kann und Rücksprachen halten kann und dann auch die Lehrinhalte. Warum ist es an der Berufsschule so schwierig? Warum haben Berufsschullehrer so viele Probleme mit jungen Leuten? Weil die Basis, die zu Ihnen kommt, sagen wir mal, gar nicht ausbildungsgerecht das Grundwissen in Rechnen, Schreiben und Sprache hat. Dann hören wir doch aber besser optimistisch auf, damit wir da nicht irgendwo in der Depression verharren. Sie machen das schon einige Jahre. Gibt es vielleicht eine exemplarische Erfolgsgeschichte, nach der Sie sagen mussten, ich weiss jetzt, warum ich das tue, es lohnt sich. Gibt es sowas? Solche exemplarische Erfolgsgeschichten gibt es. Ich habe eine junge Frau gehabt, die schon durch die Zwischenprüfung gefallen war. Sie hat im Einzelhandel gearbeitet, in einem edlen Parfümeriegeschäft und hat da ja Probleme gehabt. Dann haben wir zusammengearbeitet und dann ist sie, obwohl ihre Mutter auch dahinter her war, auch durch die Hauptprüfung gefallen. Dann, ja, an die Hand genommen und sagt, so, jetzt probieren wir es ein zweites Mal und beim zweiten Mal hat es funktioniert. Oder eine Geschichte, ein junger Mann, der aus Sierra Leone kam, so, ich sage es jetzt mal, in meiner Ausdrucksweise, so ein Spitzbube, der sein Zeug weggeschmissen hat und dann einfach da war, als unbegleiteter Jugendlicher. Aber dieser junge Mann hat sich selbst am Schopf genommen, hat gut Deutsch gelernt übers Internet und wurde dann akzeptiert bei einer Bewerbung in der Ausbildung im Einzelhandel, im großen Supermarkt und hat sich da hervorragend entwickelt. Dann kam ich ins Spiel und dann kam noch die Corona-Zeit und so weiter. Der junge Mann hat seine Zwischenprüfung gemacht, der junge Mann hat seine Hauptprüfung gemacht und ist jetzt im EDK-Sonderprogramm. Das ist so ein Förderprogramm. Er hat zwischendrin mal so ein Tief gehabt, aber das hat mit Todesfällen in Afrika zu tun gehabt, aus der Familie. Und ich bin seitdem, der die Abschlussprüfung hat, bin ich nicht mehr als offizieller Begleiter tätig, sondern bin immer noch Begleiter. Wir haben eine Wohnung besorgt, er hat inzwischen den Führerschein und so weiter. Und wenn er jetzt im September diese Prüfung ablegt, dann kann er als Substitut, also als stellvertretender Marktleiter oder nach Entwicklung auch als Marktleiter arbeiten. Das sind doch Fälle, die Hoffnung machen. Herr Wessenhöfer, zum Schluss, wenn Sie jetzt die Gelegenheit bekommen, eine Botschaft zu geben an Jugendliche, die in einer Ausbildung stehen, aber vielleicht eben zweifeln, mutlos sind, nicht mehr richtig weiter wollen. Wie würde Ihre Botschaft an diese jungen Menschen lauten? Meine Botschaft lautet einfach, sucht euch Hilfe. Und wenn ihr die in der Familie oder in eurem Umfeld nicht bekommt, dann wendet euch an VERA Plus. Und VERA Plus kann euch dann an einen altgedienten Ausbilder aus dem Handwerk und auch was Passendes aussuchen, damit ihr gefördert werdet. Im Gespräch war Karl-Heinz Westenhöfer. Er begleitet jugendliche Migranten auf dem Weg, erfolgreich eine Ausbildung zu absolvieren. Besten Dank für die Ausführungen, Herr Westenhöfer. Danke auch für das Gespräch. Das war die Sendung Lehrerzimmer. Jede Woche eine Stunde rund um das Thema Bildung hier bei Konterfunk. Wir kommen wieder nächsten Donnerstag. Unsere Redaktion ist offen für Ihre Fragen, Inputs und Vorschläge, sei es als Pädagoge, Psychologe, Eltern oder Schüler. Sie erreichen uns mit Ihren Anregungen unter der Adresse lehrerzimmer.kontrafunk.radio. Diese Sendung können Sie auch als Podcast in unserer Mediathek nachhören und natürlich gerne weiterverbreiten. Mein Name ist Stefan Milius. Ich wünsche weiter gute Informationen mit Konterfunk. Ich wünsche Ihnen auch als Podcast in unserer Mediathek nachhören. Ich wünsche Ihnen auch als Podcast. Ich wünsche Ihnen auch als Podcast. Ich wünsche Ihnen auch als Podcast. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio.